Wenn ihr den Drogentest austricksen wollt, gibt's nur eine Chance. Einen Ölwechsel. Was ist ein Ölwechsel? Ein Ölwechsel besteht aus zwei einfachen Schritten. Schritt 1. Erst desinfiziert ihr die Spitze eures Penis und dann führt ihr mit Hilfe von Gleitmittel den Katheter in eure Harnröhre ein. Dann schiebt ihr ihn tiefer, tiefer, tiefer. Ihr wisst, dass ihr eure Blase erreicht habt, wenn der Urin anfängt herauszulaufen. Schritt 2. Ihr nehmt eine Spritze, in der sich reiner Urin befindet und spritzt ihn durch den Katheter, bis die Blase voll ist. Und wolle? Komm schon, Mann. Schon wurde euer Öl gewechselt. Ich mach das auf keinen Fall. Doch wirst du der Team Captain entscheiden?